Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wählen jetzt ihre Interessenvertretung. Nützen Sie Ihre Stimme und gehen Sie zur AKBA. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir bleiben bei der Forderung auf plus 6 Prozent. Und auch wenn manche meinen, naja, da und dort ein Urlaubstag mehr geht eher hoch. Nein, wir bleiben bei der Forderung. Wir wollen die 35-Stunden-Woche.